Ja, ne, dann laufe ich halt nochmal zurück. Und nochmal zurücklaufen. Ja, keine Ahnung. So. Ich weiß auch nicht, warum ich immer hier hinten rumlaufe. Na gut, das ist halt der kürzere Weg, aber ich habe hier extra keinen Weg hingemacht, weil... Warum eigentlich? Ist einfach so hier Gartenlandschaft. Oder so. So, erstmal kommt hier noch ein bisschen die Erde drumherum weg. Nein, das war zu viel. Machen wir mal noch so drei mindestens weg, weil sonst sieht das zu gequetscht aus, denke ich mal. Dann kann das hier gar nicht ganz weg. Oh, lau. Wäre schön, dass die Schaufel so abgeht, aber... Man sollte irgendwie vorher die Parimetal festlegen können, wie weit und was alles weg soll, aber... Tja. Das wäre dann ja... Naja, ne. Ja, wahrscheinlich zu viel. Oh, deshalb geht das nicht, ne? Wegen dieser Kackblume kann ich die Erde nicht aufsammeln. Stört mich schon, dass sie hier nur rumliegt und dann... Wegen einer Blume. Was soll ich denn mit Blümchen, ey? Ne. Kack. Ich brauche Kappelstons. Zack. Einzahndung. Ja, passt doch. Ist doch jetzt hier ein 5x5-Klotz, ne? Einwand frei. Jetzt können wir das kurz ordnen. Jetzt können wir uns kurz hier die Treppe nehmen. Ah, hier auch noch so. Äh. Ich denke einfach, ich bewege mich noch nicht, aber nein, hier ist leckt natürlich... Ah, das ist... Ich verstehe die Welt einfach nicht. So viel geht hier jetzt auch gar nicht ab, oder? Als dass ihr so unbedingt lecken müsst. So, dann muss ich mich gleich noch irgendwie extra wieder hochbauen, weil ich ja nicht auf Zäune springen kann. Also irgendwie geht das ja schon von Sound zu Sound quasi, aber... Nein, das war jetzt einer zu viel. Oh, ich... Ich komme schon wieder richtig gut klar, also... Besser geht nicht. Das merkt ihr selber. So. Super Klotz auf jeden Fall. Äh, einen schöneren kann ich mir gar nicht... Hätte ich mir gar nicht gewünschen können. Äh, was fressen. So, ähm... Ich muss gerade nochmal überlegen. Also ich gucke einfach mal kurz nach, anstatt zu überlegen, äh, wie genau das war. Hier, bei dem habe ich es doch auch so gemacht, oder? Hoffentlich. Die fangen über der Treppe an. Gut. Die fangen über der Treppe an. Einer hat die Fackel weg, sondern kann nämlich da hochbauen. Und da haben wir da gleich unseren Schniken-Eingang. Ähm, wenn ich den gleich hier verknüpfe, äh, dann müsste ich auch gleich mit den Redstone-Verkabel-Kack gucken. Äh. Mal gucken. Das machen wir später, oder gleich, oder auf jeden Fall nicht jetzt, denn jetzt bin ich gerade noch hier dabei. So. Das heißt, hier kommen Cobblestones drauf. So, packen wir hier am besten nochmal eine Fackel hin, weil, ne? Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas spawnen. Doch, naja, doch. Ich wollte sagen, was kann ich spawnen, aber doch eine Spinne müsste ja spawnen können. Ach, im Ernst. Na, weißt du, ich bin so unvorsichtig geworden, weil ich halt schon nicht mehr so, so im Spielfluss drin bin. Aha, gleich noch einen höher, meine Bitte. So. So, mache ich jetzt hier nur... Nein, so war falsch, aber, äh, ich denke mal, ich lasse das so. So, dann kommt hier eine Fackel drauf, da hin, da hin, da hin und da hin. Äh, ich weiß nicht, auf die Ecken... Ich glaube, das wäre dann too much, ne? Für das kleine Häuschen. Och, komm schon. Das ist doch jetzt hier nicht wahr alles. Och, jetzt nimmt der auch noch ein paar Tähnchen in der Hand. So. Natürlich auch lustig, dass... dass dieses Häuschen quasi höher ist, also vom Dach her, als... als die anderen kleinen neben Gebäude, aber, komm, das ist... ist eben wichtig. Nein, aber das ist falsch. Das geht so nicht. Ja, dann bleibt das von mir aus da rumlegen. Mir doch Pups egal hier. Nein. Das ist auch falsch. Viel falschiger geht's noch nicht. So. Wunderschönes Häuschen. Äh, schöner geht's gar nicht. Aber, komm, passt. Ist ja nur für... für die U-Bahn der Eingang. Hm. Na komm, dann machen wir jetzt wenigstens. Ich hab Angst, die Red Sonnenlampe abzubauen. Äh, geht die dann kaputt? Die hat ja nicht Behutsamkeit. Schau mal, aber... Oder ich nehm einfach... Hier. Ja, hier ist viel besser. So. Ich fürchte nur, ich kann jetzt hier... Direkt drunter nicht abbauen. Äh, weil da... Dingstens ist, weil da Red Sonnen ist. Also ich... Wohl, klar geht's. Ja, was... Was laber ich denn? Geht doch alles. Ich hab das ja auch in der... Genau, ich hab das ja in der Mitte von... Oh, ich weiß schon gar nichts mehr, ne? Aber das ist jetzt auch wirklich lange her. Ich hoffe, das kann man mir nachsehen. So, ich brauch die Dinge. Da kann wieder Erde hin, vorerst. So. Let's gucken. So. Wie weit rüber muss ich denn überhaupt? Das ist ja nicht so weit rüber. Äh. Och nö, es wird dunkel. Warte, wir gehen dann gleich die Lampen an. Wartet, wartet. Äh. Gleich. Gleich mögen sie leuchten. Ich müsste eigentlich dann hier noch bei dir vielleicht auch noch was machen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mit der Treppe nicht so ganz zufrieden. Hier werde ich vielleicht nochmal ändern. Also nicht viel, ändern nur ein bisschen. Nur ein Kline, das Bieselchen. Ähm. Denn mir gefällt halt, äh... Äh, ab dieser Kurve hier das nach hinten nicht. Äh, müsste eigentlich einfach nur so eine... ...normal eine Empore quasi nach oben machen. So dann da oben eine Empore. Äh, ich weiß halt nur nicht, ob das dann zu klumpig aussieht mit der Treppe. Könnt ihr vielleicht mal... Oh, jetzt sind die Lampen an, haben wir gar nicht so genau gesehen. Hm. Na toll. Wieder alles verpasst. Äh, ob ich das dann vielleicht mal in einer... ...kopie oder so versuche. Ach komm. Immer per Hand weg. So. Aber das nehmen wir jetzt nicht per Hand weg. So ein, zwei, drei. So. Ich denke mal hier machen wir am besten den Übergang. Da ist ein Zombie. Ja, hier ist es natürlich trotzdem noch nicht optimal ausgeleuchtet. Logischerweise nicht. Also was heißt logischerweise... Also es halt... Es ist logisch, dass das bisschen an Lampen nicht ausreicht, damit ich ja nichts mehr spraunt, ja. Ja, die XP will ich das Fleisch, will ich nicht. Wer will denn schon Gammelfleisch, ey? So. So funktioniert das, ne? Gut. Und hier noch einer hin. Und dann müssen wir gleich nur noch das schnell mit Cobblestone-Zeugs verkleiden und dann passt das alles. So. Zack. Wunderschöner Weg, ne? Wunderprächtig. So, fang mal. Oh, jetzt hab ich schon wieder Samenkack dabei. Will ich doch gar nicht. Stimmt, ich muss auch mal wieder ernten, damit ich im Zweifelsfall bald mal mein Dach von dem einen Haus da weiterbasteln kann. Also nicht nur im Zweifelsfall, das ist der Plan dahinter so. So. Ah, ich glaub, das setzt sich alles noch ein nach hinten. Dann passt das hier besser. Ja, komm, das setzt mal, oder? Warte. Doch, das muss ein nach hinten. Eindeutig. Ich wusste doch, irgendwas passt da nicht so ganz. Ich wusste nur noch nicht was. Aber irgendwas war es. So, das heißt, D3 wieder weg. Und D3 auch. So, dann kommt hier noch so einer hin. Dann hier ein Steinchen. Da ein Steinchen. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Bam. Jawohl. Voll, super, krass. Die sollen jetzt nach da. Ich wette, das hat es jetzt falsch gesetzt, weil es, oh, wenigstens das nicht, aber geleckt hat es trotzdem, also. Nur bedingt gut. Mit den Lampen gucken wir dann später. Aber wir haben jetzt hier einen super Weg. Ja, ne? Ja, komm, geht doch. So. Dann mal kurz gucken. Jetzt hab ich ja das Gammelfleisch doch dabei. Das will ich doch gar nicht. Das will ich auch nicht. Wo machen wir jetzt hier einfach alles aus Cleanstone? Und ich, äh, ich fürchte schon. Also, gib mir die Steinchen zu der Hand. Und jetzt die Schaufel gezückt. Das Teufelswerkzeug. Die Teufelische Schaufel. Und dann... Geht's hier ab, so, ne? So, voll krass. Ach ja, die ganze Decke wird natürlich noch ein versetzt. Wer... Ah, ich wusste doch, dass hier noch irgendwas passiert. Warte, warte. Jetzt warte doch mal, du dummer Zombie. Will ich doch hauen. Aber dein Fleisch will ich nicht, das ist eklig. Ah, so, kann's behalten. Ich geb's der Natur zurück. So. Aber was fressen würde ich gerne. So, mach mal schnell ein wenig Licht. Ne, da. Da, so. Gut. Äh. Ja, hier jetzt beinehme ich lieber die Hand, weil, ne? Ich hab Angst, hier dann den ganzen Berg einzureißen, wenn ich's nicht täte. So. Oh. Äh. Hallo. Star Wars, cool. Im Ernst, das schieb... Alter! Gib mir den Pfeil. Welchen Pfeil, der da oben gesteckt hat wieder? Das Skelett ist nervig. Boah, Alter, wo schießt ihr denn immerhin nur? Das war ich nicht, das ist das Spiel. Stirb. Meine Güte, ey. Da hat man wieder mal meinen Talent als Scharfschütze bewundern können. So, jetzt die beiden Kantei, boah. Bam, so. Ah, jetzt krieg ich wahrscheinlich auch gleich noch den Knochen. Ne, aber den Pfeil will ich, aber den Knochen nicht. Ja, ich weiß, habe ich jetzt mit Spitzack abgebaut. Was soll's, ne? Zu V zum Wechseln. So. Das hatte ich jetzt nur die Frage. Nein, das war falsch. Ne, mal. Ich weiß nicht, eben, ob ich das dann einfach nur ohne Treppe nach unten mache, aber... Oder ob das dann zu klumpig aussieht. Aber ist dann vielleicht mal ein bisschen einfacher. Das muss ja nicht immer so super hübsch sein. Na, eigentlich schon, aber... Was soll's. Ach, komm schon. Was ist denn los, du dummes Spiel? 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 Ne? Ne? Hey, hier die Gänge, die dann auch, wer weiß wohin führen. Ah, da, der führt noch gegen eine Wand. Der da hinten auch irgendwann, aber... Da hab ich ja einfach nur mal aus Juxentollerei mit TNT ein bisschen rumgebamst, ne? Wenn ich mich hier recht entsinne. Kann natürlich auch sein, dass ich das nicht mehr ganz so korrekt weiß, aber ich glaube, ich hab da noch nix gebaut da hinten. Hab's nur irgendwann mal vor. So. Ja, doch so, ne?